ja keine ahnung was die sich jetzt wieder dabei gedacht haben einfach realistisch achso minecraft ist sowieso nicht realistisch ob man noch mal so eine fishing route erstens es gibt keine menschen die auf vier beine rumlaufen minecraft fishing route doch wegfurt keiner weiß wie er aussieht keiner hat ihn bis jetzt gesehen doch es gibt sehr viele die ihn gesehen haben aber es war ein altkirchen nein also das willst du mit fischen oder ja klar warum nicht mach mach ich ja mal mit nagel ja dann hat er bewegung hilft beim angeln das geht schneller hast du jetzt mich schon zu weit mag ja habe ich jetzt mal für paul wiederholt alles jesus dabei sagt du ficker du ficker du scheiß ficker hat er irgendwie soll bock auf fifa 14 oh ne wieder davon kann ja haben sie lieb fach höhlen wache ich rafael armpuster wo geht es ist schon so weit ja ich bin so weit ich bin schon am angeln ja ich hab schon einen fisch boah bist du hart früher hat angeln übelst lange gelauert durch bewegung hast du schnelleren empfangen erfolgen wo genau bist du paul na hier vorm haus ja dann werf mich mal hier raus so tsch ist eigentlich bei skyblock auch pvp oder nur in survival wir separate welten hätte sein können ich hab's dir nur gesagt mehr habe ich nicht gemacht aber in einem ton das ist einfach unglaublich bescheuert ja ein bisschen ja glaub ich dir ich hab damit aber kein problem hier dazu nicht so wie du ja der erste weltkrieg ja war ja von 1918 bis irgendwann ja ich hab oh du hast eigentlich so gehört ja ja du hast gesagt ich hab nie verstanden wann hat der erste weltkrieg geendet ich hab Pascal auch nicht richtig verstanden weil er immer so nüschelt sag ich auch immer denn du verstehst ja kein wort ey ich hab ne Schüssel geangelt nein scheiße hab so früh die Angel raus gezogen hast ne Schüssel geangelt ja Schwämmen ey bist du behindert alter hahaha guck mal der blau ey scheiß ich hab kein Essen weg oh Kartoffeln oh da kommt ein Fisch keine Kartoffeln oh ich hab einen Fisch nein oh kacke ich hab zu früh gedrückt ja das ist mir vorhin auch passiert ja kann mir mal einen Fisch geben den ich schon warten kann alter leck mich ich krieg ne Wasserflasche ja warte ich weiß nicht welchen Mann von ihm warten kann au ihr habt Pindet Nemo bekommen also ein Clownfisch meine ich ja 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 komm jetzt lass mal über irgendwas reden Bart beim Angeln was ist das da schönes Wetter warte draußen hm ja es ist so so Sonnenfinsternis wa ja reden wir jetzt mal real life oder naja schon real life aber ja bei mir ist es auch dunkel ja naja um 0.48 ne hab ich noch nie Sonne gesehen hm das ist aber komisch ja finde ich auch eigentlich ja eher seltener ja traurig ne ja 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 einfach mal keine Sonne ist ja da geht wo irgendwas falsch so ich hab wieder einen Fisch da muss man halt mal bei Gott anrufen und sagen wenn man Sonne runter schicken machst Licht an ja genau warum 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 machst du einen dunkel Bruder weil Baum jetzt hab ich einen rohen Fisch bekommen hä wie hast du die Angel verzaubert die ist gar nicht verzaubert doch meine ist Angel Haltbarkeit 3 und eine andere war vielleicht Zufall ich hab die nicht verzaubert hast du die gefangen geangelt ne oh ich hab wieder einen Fisch Paul hast du die äh Angel geangelt ne ich hab die ich hab zwei Angel gecraftet und eine davon hab ich dir gegeben ey die hat plus Haleparkai 3 aber die geht übel schnell kaputt oder ist das grad ein Bug kann ja auch sein oh schon wieder ein Fisch schon wieder ein Fisch ja das geht voll schnell bei mir ja bei mir passt ich gar nicht so einfach unfassbar ich hab jetzt schon fünf Fische oder so geholt ne ich hab ich mir fünf Fische geholt ne ich hab ich mir fünf Fische geholt ja dann schmeißen wir euch in den Ofen Paul einer dieser Fische wirst du selber nicht tun oh du bist ne Flasche so ne Eidigflasche wobei ich dich damit fertig mache unfassbar ey deswegen rum zu flamen ja siehst mal ne ich seh gar nix grade ey guck mal weil die ja das ist grad dunkel die Sonne untergeht wird's dunkel ey Paul du bist ne ja guck mal die gehen nur zu dir nein scheiße oh mein Gott wieso das hab ich so früh gesungen oder sind die du darfst dich eh die Problem ist die warum Angel ist die meine Angel noch rein muss die euch mehr bewegen ne das gehen die kommen schon oft genug aber jetzt weiß ich nicht genau ob der Fisch zu verflucht oder zum Urgeht ja ich brauch Essen ich verrecke gerade warte ja gib mir aber auch mal ein paar gebratene davon kannst du keine von braten das ist das Schlimme ey doch Lachs und rohen Fisch rohelfisch kann man nicht klauen Fisch aber roh... ahja Salomen oder wie scheiße da zieh aber du hättest grad ziehen müssen ich hab grad einen bei dir gesehen echt bei mir war nix haben die aber schon cooler gemacht mit den Angeln früher war das so dass die Angel mal kurz runter ging und da genau musste man ziehen ja das ging aber auch eigentlich ja aber das war schon schwerer naja na im Moment war ziemlich kurz und man musste ziemlich aufpassen jetzt sieht man wenn nix noch auf den Fisch kommt ohhh oh danke für Licht Mensch du ruhig das Licht es werde nicht es ist fährdetag oh bei mir kommt was oh guck dir das an da kommt was, da kommt was und zwar ab oh oh hast du das gesehen oh Paul ja ich hab das gesehen hast du das gesehen ja meep meep auto meep meep oh da kommt was zu dir ha fuck oh mein gott bist du hoh man muss ja immer warten bis es runter geht ja oh mein gott passiert wie lange haben wir jetzt schon keine ahnung ah jetzt war ich so spät oh ups Allah Mensch ahm könnte noch ein paar Minuten wow wir sind bestimmt gerade am Haus ne? ja da kommt was ach ja ah hab nen Kugelfisch weil bringt mir nix oh da kommt was schon wieder ein da kommt was da kommt was da kommt was ja oder uns oh ein Kugelfisch f*** ich doch wie fett der ist ey wegen dem Kugelfisch hab ich schon harte Nippel bekommen echt ich hab grad irgendwie noch ne Angeln in meine Mutter aber man kann Sachen aus dem Meer angeln das weißt du schon ne? ja Paul hab ich doch aber ich hab ne Angel oh da sind keine Tintenfische gespott ah ah ich hab zwei Angeln merk ich gerade ja ich auch das hab ich gerade erst gemerkt du Idiot obwohl ich dir eigentlich auch nur eine gegeben hab und ich brauch nur eine ja cool ich hab ne Angel geangelt die hat haltbarkeit plus drei hallo dann hab ich nen Kugelfisch geangelt drei rohe Fische äh eine einen Schale und einen Trinkbottel halt Flasche Trinkflasche okay ich hab ehrlich gesagt noch nie so richtig im Minecraft geangelt außer jetzt aber da hat man ja ohhhh klappt ja ganz gut jetzt sollte man nicht zu weit weg oh gut was ist denn das da für nen Fisch das war hässlich ey komm den krieg ich frag für den Screenshot für das Thumbnail was ist denn das ist der ist der ach du Penner alter oh guck mal wie war der da unten mein Speicherplatz wird langsam du ja ne holl holl soll ich hab ein Eisenbahn bekommen halloi wie bitte Ja, ist halt so, wa? Ja, dann könnten wir mal langsam Pause machen, oder? Nee, genau eine Stunde. Ein bisschen noch. Eine Stunde will ich wenigstens aufgenommen haben. Also noch sechs Minuten, oder was? Zehn Minuten. Was? Zehn Minuten noch. Wie viel? Zehn. Alter, du redest so undeutlich, ne? Zehn Minuten, ne? Ja, zehn. Nee, Harald, weißt du? Ja, man hat mich jetzt wieder, ja. Harald Minuten. Harald. Mal eben nebenbei was trinken. Ja, wie immer, Alter. Boah, grad noch so. Ich hab'n Lachs bekommen. Boah, war das krank. Ich hab'n Lachs. Ein Lachs. Ein, ein, ein Lachs. Der Lachstanz. Oh, es zeigt mir aber jetzt die ganze Zeit auf. Vielleicht sollte ich jetzt schon ausmachen und die macht einfach weiter. Ja, kein Problem, oder? Oh ja, kann man schon machen, ja. Ach gut, ne? Ich verabschiede mich für diese Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Schaut einfach bei Paul oder Marvin weiter. Und danke fürs Zuschauen. Ja. Ich hab' einen Lachs. Einen Lachs. Einen Lachs. Oh, da kommt was. Das ist ekelhaft. Kommt etwas die Treppen hoch, oder? Meinst du jetzt in Minecraft? Nee, in Minecraft. Also... Ey, Paul! Ey, wer war das? Ey, guck mal, du hast was gefangen! Du hast was gefangen! Ey, das war jetzt auch ne Joke. Wo hast du was gefangen? Ich weiß. Willst du essen? Geh mal weg, 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 ich muss gucken! Boah, ey, ich hätte den fast verloren, ey. Du kannst mich doch nicht einfach irre stellen. Ja, hier, angel mal selber. Lass'na angeln. Komm, jetzt angeln wie drei. Ey, jetzt läuft der hier rum. Bringt nix. Ja, siehst du, jetzt hast du sogar deinen Angel weggemacht. Pilot, alter. Ja, Paul, du weißt, ist aber trotzdem noch ein bisschen wach, oder? Komisch, also ich war auch mal einfach direkt verpangen, ne? Ja, das... Ja, ich hatte das auch irgendwie. Ich habe auch schon zu viel überfangen. Ja, super! Boah, äh... Auch reingefangen. Boah, Paul. Vielleicht ein bisschen... Schon wieder ein... Ah, nein, doch nicht! Oh, war das knapp. Irgendwie habe ich den gerade nicht bekommen. Angel, 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 angel... Oh, und... Brab... Oh, ich habe schon... Nein, zu spät wegen dem Penner. ...6 Rohrfische und 1 Lachs. Ah, ja, super! Ich habe einen Knochen gefangen. Das ist doch voll dumm, eigentlich. Ey, ein Enderman schaut unsere Sachen, ne? Ja, das ist immer ein Arsch. Das ist schon drinne. Das ist... Das dauern wir zu lange. Das dauern wir zu lange. Was? Das dauern wir zu lange. Man tut damit. Ich habe schon... Oh, du Wichser, du Wichser, witz auf die Fresse. Komm her, komm. Chris Hart auf die Fresse. Du Wichser. Oh, du Wichser, du Wichser, witz auf die Fresse. Neu aufgestellt. Scheiße. Ja, ich habe ihn getötet. Ja, ich habe ihn getötet. Ja, auch noch mal vorsichtshalber ins Bett, alter. Hat es uns eigentlich auch allen OP-Retzen gegeben, aber egal. Ne. Wir schieben uns ja nichts. Ach genau, echt mal, Paul, alter, ey. Hier, drei Tobitas, hier sind seine Sachen. Warte doch. Fisch her. Der Punkt noch. Ey, du hast doch jetzt gar nichts... Alter, wie für Fische ich jetzt bekomme. Ich weiß nicht, was deins war. Ja, ich weiß nicht, was noch hier gehört. Was zu sagen. Mein Holzschwert vielleicht. Ich weiß nicht. Alter, warum hattest du so viele Holzschwerter? Weil die viel effizienter sind, ja. Ich mache welchen Türen zu. Sieht wahr? Kann ich noch schnell pennen gehen? Ja. Sehr gut. Geil, ein Dach haben wir immer noch nicht. So, jetzt kann ich wieder bei der Farm pflanzen gehen. Ich meine, habe ich etwas gemacht. Nicht so wie du. Boah. Wieso, wir haben gefischt. Wow, gefischt. Das war ja sehr viel. Na, wieso? Das war erstmal nicht das Hungerproblem. Ja, ich habe immer noch Hunger. Ja. Du. Du. Ja, weil Phil mir ja keinen Fisch gibt. Weil er ist ja Claude. So Claude. Ja, ich habe keinen. Also ich habe einen gehaft, aber der ist auf einmal wieder weg. So, wie soll er das gemacht haben? Ja, ich bin auch gestorben und er hat meine Sachen auch gesammelt. Und der Wichser kriegt jetzt aufs Maul hier. Komm her, du Wichser. Komm her, Chris wird aufs Maul, du Wichser. Komm her. Komm her, komm, ich sehe dich. Komm, komm hier auf die Fresse. Warte. Du wächst er, er hat voll auf die Fresse bekommen, Alter. Kann er e'n Kugelfisch essen? Alter! Da ist schon wieder n' Enderman. ich hab ne Enderperle ne ja ist ja schön das find ich auch bei der Homo bei der Sao das ist tatsächlich ein Lappen alter das ist dein Vater was machst du da? du schlägst ne Wand oder was? siehst du Geister oder was? was schlägst du? was hast du verhaltes getrunken heute? irgendwie so Fackeln aufschlimmen bist du nicht so bescheuert? ein bisschen wie gesagt kannst du jetzt noch so oft fragen ich werd die immer nicht gleich haben wie wird denn bitte dein Speicherplatz voll wenn du noch Terabyte frei hast was? ich weiß es nicht ich muss selber mal angucken guck mal ja du Wichser ja die Angst hat danke so erstmal wieder alles ja eure Freundin ist nicht mehr auf dem woher Essen hast du noch Essen aber nicht für dich ich wär hier ich bin ja nicht so zu dir so wie du zu mir hier da ist endlich mein Fisch wie bitte? da ist endlich der Fisch den ich gesucht habe wo? den hast du mir grad gegeben den hast du mir grad gegeben ach das ist schon gekocht aber ich wollte denn grad kochen oh der Kugelfisch hat mich vergiftet ja das egal ich jetzt noch einen Paul wieder ganz schlau ja noch zwei Minuten ne also gerade brauch ich auch nicht mal mit dem Dach anfangen dann mach ich das in der nächsten Aufnahme was denn? was hab ich dir getan? ja weil du genau das machst wusste ich doch auf ich hab damit ist okay jetzt gut mein Holzfret macht Dammit zieht's haben wir keine mehr macht's ja mit Dammit krass na zieht's was zieht zieht's ja Sam ja wo soll ich die denn? ja komm wir gehen in den Wald und holen uns welche na ne ey Maaan nein nicht schlagen nicht schlagen sonst bin ich tot wurde grade geschlagen komm her mein Sohn ich schlag dich oh klatsche 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 komm klatsch klatsch du weißt wenn du nicht rennst dann verbrauchst du auch weniger hab eh noch Essen ich bin mir ja nicht so auf den Feldern ich bin mir ja nicht so auf den Feldern das ist ein Idiot Eisen uuuuh uuuuh oh cool ich hab Diamanten gefunden du gehst aber jetzt nicht pennen oder sowas ne? nein ich bin noch ein bisschen hier zurechtschneiden und so damit ich über die Nacht rennern kann und also bis 2 Uhr bin ich sicherlich noch hier besser ist ja ist auch so boah ich hab grad was ich steh ich ich geh gleich auf ich hab keinen Bock mehr heute ja äh schade gerade kann man nix dran ändern leider oh ich soll doch eben noch ein bisschen Zitzen sammeln ja mach ich auch gerade nur für dich mal ja und sein das für dich Boah iFA 2014 uuuuuh jetzt sind wir genau bei einer Stunde und paar Sekunden ich geh jetzt eben noch das Eisenbrennen und dann bin ich auch fertig dann mach ich auch nen Aufnahmestopp für heute weil ja das reicht das sind 3 Folgen für mich ich da auch nur noch hier gleich pflanzen gehen die seeds die ich hier gesammelt habe weiter wie schnell man hunger das ist unglaublich was ist mit supporter und so schreibe ich heute oder morgen noch was okay also heute naja ich mache jetzt ein cut hat ja ich hoffe es hat euch gefallen ja bis zum nächsten tschüss 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 ja hast du auch noch auf name oder ich stelle aufnehmen gerade ja warum warum denn nicht es ist ein bisschen zu ruhig nur das merkt ihr das darf so nicht sein ja überlegt man wie viel uhr es sind dann müssen wir halt mal früher aufnehmen aber das geht ja nicht ne samstags geht sowieso nicht siehst du bin froh dass wir überhaupt aufgenommen haben naja in den ferien kann man dann noch mal ein bisschen öfter aufnehmen weil ja in den ferien müsst ihr dann ohne mich machen wenn du nicht da bist wie bitte du bist ja nicht da aber ich bin wieder bei meinen freunden oder welche ferien von welchen reden wir jetzt von den nächsten ich rede von den oster ferien aber egal ja da bin ich bei denen glaube es also wenn ich nicht da gut okay dann war ich auch mal bei mir ein cut war ja man hört sich und sieht sich in der nächsten folge bis dann tschüss und dann ich bin froh ja ich bin froh ja Untertitelung des ZDF, 2020